Hallo, willkommen bei Versuch mit Frau Hoch macht klug. Ja, das bin ich. Viel Spaß bei unserem neuen Video. Seid gespannt und bleibt dran. Bis dann. Schaut mal hier, wie lecker. Das ist natürlich unsere eigene Erntemelone. Wir hatten ganz viele große, aber diese kleine hier, die war doch wirklich die leckerste. Total süß und saftig und knackig und überhaupt nicht mehlig. Also so eine Melone. Und jetzt schaut mal hier. Das sind bemalte Kürbisse, wie ihr seht. Schaut mal mit Eisenbahnen und Pferdchen und einem Pilzhaus und Igelchen. Ja, das ist mal so eine Idee, wie man Kürbisse, wenn man denn so viele hat, dass man sich schon nicht mehr essen kann, noch nutzen kann. Da sind jetzt sowieso viele Deko-Kürbisse bei, Zierkürbisse. Ja, und so sind die natürlich noch ein bisschen dekorativer, nicht wahr? Ja, natürlich gerne auch zum Nachmachen gedacht. Also ihr seht schon, ein paar Igelchen sind drauf. Das sind halt Herbstmotive, denn Kürbisse sind ja nun mal die Herbstfrucht schlechthin. Ja, und gerade die Kinder finden die ganz niedlich. Wem es jetzt zu kitschig ist, okay, da kann man mit leben. Ist auch nur eine Idee. Ihr könnt auch ganz andere Sachen draufmalen. Also in dem Fall sind das jetzt Ölfarben mit einem Klarlack drüber, dass das Ganze auch draußen stehen bleiben kann und eben auch hält. Also die sind dann auch wetterfest. Ja, so eine kleine Herbstidee für euch. Ja, so eine kleine Herbst. So, genug Kürbisse geschaut. Jetzt gibt es noch die letzten Pflaumen, die die Stare uns übrig gelassen haben. Das wird nur noch ein kleiner Muffinkuchen. Da waren nicht mehr viele dran. Wir kamen zu spät. So schaut mal. Jetzt lese ich euch mal was vor. Ein Vogel hat keine Angst davor, dass der Ast unter ihm brechen könnte. Nicht, weil er dem Ast vertraut, sondern seinen eigenen Flügeln. Der Spruch ist leider nicht von mir, aber ich fand ihn so schön, dass ich ihn auf eine Schieferplatte gemacht habe. So, das ist mein Plan für heute. Denn es geht ans Aussäen. Ja, ihr hört richtig. Auch im Herbst säht mal nochmal aus. So Leute, das Jahr neigt sich zwar dem Ende, aber im Garten ist noch lange nicht Schluss. Was zeige ich euch hier? Nein, das sind keine Maulwurfslöcher, sondern, ihr wisst ja, ich mulche. Und in dem Fall haben wir mit Mist gemulcht. Und das sind jetzt meine Pflanzlöcher für den Blumenkohl. Denn wenn ihr euch jetzt den Winterblumenkohl als Saatgut holt, könnt ihr den jetzt noch aussehen. Also hier, hier ist der Weg, auf dem ich stehe. Ihr seht meine Füße. Ja, hier wird jetzt der Blumenkohl gesät, oder habe ich gestern schon gesät. Und hier in der Mitte ist so eine Art Graben. Da habe ich Blumen eingesät. Denn es gibt Blumen, die brauchen den Kältereiz, bevor sie dann nochmal erneut, oder überhaupt nächstes Jahr dann austreiben. So, dahinter ist auch nochmal so eine Löcherreihe. Da kommt auch Blumenkohl rein. Ich hatte ein bisschen eine Verarsche-Packung gekauft, in der eigentlich drauf stand, dass da 30 Stück drin sind, was ich echt schon wenig fand. Ich habe auch nicht drauf geguckt, muss ich ehrlich sagen, weil ich bin von 100 ausgegangen. Ja, tatsächlich waren dann 18 dann drin. Und naja, ich muss also nochmal nachkaufen. Egal. Eigentlich kaufe ich keinen Saatgut mehr, aber das mit dem Blumenkohl, das musste jetzt mal sein. Denn ich hatte keinen Winterblumenkohl, nur Sommerblumenkohl als mein Saatgut. Und auch ich muss nun wieder mal Saatgut kaufen. Obwohl, das ist jetzt das erste seit langem. Und naja, gut, egal. Die Blumen wollte ich euch sagen, welche den Kältereiz brauchen, um nächstes Jahr zu kommen. Und zwar habe ich da in die Erde gebracht. Mondviolen, Cosmea, Borretsch, weißes Löwenmäulchen, die pink Gartennelke, hellrosa und pinke Stockrose. Die kommen nächstes Jahr erst als Blütenrosette. Und im übernächsten Jahr blühen die dann erst. Die brauchen ein bisschen länger. Dann habe ich vorne und hinten eine schöne weiße Lilie, die Candidum, eingesetzt. So als Eyecatcher nächstes Jahr. Ja, Borretsch hatte ich, glaube ich, schon gesagt, habe ich noch mit drin. Ja, Petunien habe ich noch ganz viele drin. Die habe ich geschenkt bekommen von jemandem. Die sind in weiß, hellblau, lila. Ganz viele verschiedene Farben. Die sehen sich dann auch immer wieder selber aus. Ja, genau. Also der Herbst ist die beste Zeit, um nochmal nachzulegen. Bei den Petunien, ihr seht mal hier selber bitte, da habe ich einfach diese Ästchen der Petunienpflanzen reingeschmissen. Die haben ja ihre Samenschoten schon fertig gehabt. Und das ist der natürliche und meistens auch beste Weg, die Versamung dann zu steuern. Ja, dahinter gibt es da noch eine Reihe. Könnt ihr die erkennen? Da ist Salat drin. Und zwar Salat der Marke amerikanischer brauner Pflücksalat. Denn der ist relativ kälteresistent und unempfindlich. Der kann da rein. So, hier habe ich jetzt, schaut mal hier, das ist das nächste Beet nach dem Weg, auch so einen Graben gemacht. In dem sind jetzt Möhren drin. Und zwar die Nantes 2. Da die auch kälteresistent ist. Dann habe ich hier auch nochmal so eine Löcher gemacht. Und da ist der Pak Choi drin. Also eigentlich wollte ich da China-Kohl reinpacken, den habe ich aber nicht bekommen. Und der Pak Choi ist relativ kälteresistent. Also richtig kalten Frost, wenn es richtig in die Minus gerade geht, mag er nicht. Leichten Frost kann er eigentlich ab, auch wenn er auf der Packung stand, frostempfindlich. Aber meine Erfahrung ist, das kann er eigentlich ab. So, und ganz am Ende ist nochmal eine Reihe. Die hatte ich jetzt auch gestern eingesät. Da ist Petersilie drin. Und jetzt werde ich heute auch noch einiges einsehen. Aber das zeige ich euch gleich. So, hier kann man natürlich jetzt noch nichts erkennen. Habe ich aber gestern, das ist so ein kleines Dreieck hier, was sich hier so bildet, vier Kaiserkronen eingesetzt. Also zwei gelbe und zwei orange. Naja, ich muss sagen, nicht ich, sondern meine Tochter hat die eingesetzt. Und für alle Kinder, die die Videos gucken oder Jugendliche und die Gärtnern, bei Zwiebeln, egal ob jetzt Speisezwiebeln oder Steckzwiebeln für Blumen, bitte immer die Spitze nach oben und die Wurzeln nach unten. Das scheint keine Selbstverständlichkeit zu sein. Das ist der Basti. Hallo, da ist er. Ich habe ihm hier extra eine Liege hingestellt, so im Halbschatten, weil es sich hinsetzen mag. Ja, also bei Steckzwiebeln bitte. Sie haben Füße und einen Kopf und Sie mögen gerne auch so in den Boden kommen und nicht falsch rum. Noch mal so als kleine Info, so, das bin ich im Schatten. So, und jetzt zeige ich euch, was ich noch einsehen werde heute. Und zwar haben wir hier die roten Rüben. Die werden jetzt nicht mehr sehr groß, es sei denn, ich decke sie dann nachher noch mit dem Folienfunnel ab. Das werde ich mal sehen, wie es zeitlich passt. Ja, mein Schwein spielt da gerade irgendwas, wo ich mich so etwas besser hatte. So, hier, ja, das ist jetzt, ihr könnt natürlich jetzt die Verpackungen bei mir nicht sehen, weil ich nutze ja mein eigenes Saat. Gut, ich habe mir aber einen Zettel reingelegt, einen Zeitungspapierzettel. Das ist Spinatsack. Spinat auf jeden Fall jetzt noch auszusehen. So, ein Zettel wackelt hier. Wenn ich noch was drauf stellen, wackelt mal. So, dieses schöne, ja, wie soll ich sagen, dieses schöne Schild ist Schiefer. Richtige Schiefertafel. Hier werden ja so viele alte Häuser einfach abgerissen, das wird dann weggeschmissen. Das habe ich mir gedacht, nutze ich für mich. Das werde ich nachher noch anbringen, da suche ich mir noch einen schönen Platz für. So, was ist aber jetzt weiter in die Erde zu stecken, gell? Also hier, ihr kennt ja meinen schönen Saatgut-Turm, sei noch mal verlinkt zur Aufbewahrung des Saatguts. Zwiebeln, das ist Zwiebelsaatgut. Wer es noch nicht kennt, so sieht es aus. Schwarze kleine Körner, könnt ihr das erkennen? Ja, Zwiebeln kommen jetzt auf jeden Fall in den Boden. Dann, das sind die Brutzwiebeln vom Knoblauch, die kommen jetzt auch auf jeden Fall noch in den Boden. Dann habe ich hier, ich weiß nicht, sieht man das jetzt heute? Das ist hier ein bisschen blöd mit dem Licht. Das ist Gartenrittersporn. Der ist weiß und pink. Es gibt auch ein paar dunkel-lila bei, aber die sind sehr vereinzelt gewesen. So, und hier habe ich, da ist ein Saatgut von der Mondviolet drin, passt da nicht mal, lag da drüber. Das ist Koriander. Den könnte ich jetzt so, wie er ist, auch zerstampfen und als Gewürz ins Essen machen. In dem Fall ist er aber mein Saatgut fürs nächste Jahr, denn Koriander blüht wunderschön weiß wie Schleierkraut. Und natürlich hat es auch den Nutzen, dass man dann Gewürze hat. Ja, der Koriander kommt also auch in Boden, der braucht übrigens auch den Kälte, weil jetzt der versamt sich auch selbst wieder aus. So, hier, das habe ich mal über ein Saatgut tauscht bekommen. Wilde Ackelei, ihr seht es schon. Ih, hier hat ein Vogel, die mir auf mein Blatt geschießt sind. Was soll das denn? Ich habe mir gerade einen schönen Plan gemacht, und der scheißt mir da drauf. Alter, auf deinen Plan scheiße ich, oder was soll das hier heißen? Spatz, ey. Gut, okay. Also, und die wilde Ackelei braucht auch ihren Kälteretz. Die kommt, weil das ist ja hier dunkelblau-lila, die kommt zu dem Koriander, denn das sieht wunderschön zusammen aus. Das habe ich schon mal gemacht, das will ich wieder so machen. So, dann habe ich hier noch verpackt. Ich schreibe es mir manchmal auch rauf. Guck mal, was da drauf steht. Wenn man es jetzt nicht lesen kann, lese ich es mir vor. Rosa, violette Malve aus Gartow, aus dem Bioladencafé. Die Blüte da hinten so schön, und da habe ich mir gedacht, die nehme ich mir mal mit. So, und das ist noch eine violette-rosa Malve von mir selbst hier. Und die beiden, die kommen zusammen. Und zwar zum Koriander und der Ackelei. Das sieht zusammen, denke ich mir, sehr hübsch aus. So, und dann habe ich noch die Kokadenblume. Und die ist ja so gelblich und rot. Die kommt zu den Kaiserkronen, denn da passt sie farblich gut. Und ich versuche ja so ein bisschen so ein Farbkonzept mit Farben, die schön zusammenpassen, jedes Jahr zu basteln. Die Natur überrascht mich immer mit ihren eigenen Vorstellungen. Dann habe ich hier noch eine Glockenblume, blau. Die kommt natürlich auch noch zu der Malve und der Ackelei. Und zum Koriander. So, jetzt habe ich euch gezeigt, was ich heute alles in die Erde bringen werde. Sieht hier ein bisschen aus wie Baustelle. Ist es ja auch. Ja, jetzt geht es los. Hier, die begleiten mich hier die ganze Zeit, die beiden Kerle. Habt ihr auch schon was zu sagen? Können ja nochmal Hallo sagen gehen. Ja, der große Schwarze hier, was heißt groß, der war ja auch klein, aber größer als die beiden. Der Eberhard, der ist jetzt weg. Der Eberhard hat ein neues Zuhause gefunden. Und, tja, der Eberhard wird wahrscheinlich da schon kleine Kinder gezeugt haben, die dann wahrscheinlich im Januar auf die Welt kommen werden. Und somit geht das Schweineleben dann in die nächste Runde und wieder eine Generation weiter. Schwänchen. Ja, die sind hier quasi so mitten in meinem Garten, in ihrem abgezäunten Bereich. Und kriegen, wie ihr seht, alles an Grünzeug, was ich so hab hier rüber. Wobei ich sagen muss, wir sammeln auch extra täglich eine große Fuhremelde in so einem, naja, abbrustgrundstück, beziehungsweise stillgelegten Grundstück. Und beim Nachbarn, ja, damit die Schweine einfach Grünes haben. Weil, ich weiß nicht, wie die das in den Mastanlagen machen. Meine Schweine brauchen Sonne und Grünes. Und ihr glaubt gar nicht, was Schweine für Sonnenanbeter sind. Und sobald die Sonne scheint, liegen die in der Sonne und schlafen und tanken da richtig Vitamin D3 und futtern Grünes. Also, ja, Schweine sind ein bisschen wie wir Menschen. Beziehungsweise wir wie die Schweine. Ich weiß nicht. So, jetzt bekommt ihr noch ein paar Eindrücke. Und dann ist das Video auch schon langsam wieder vorbei. Ich zeig euch dann noch kurz die Facelia. Die ist eine schöne Bienen- und Hummelweide. Ja, und dann verabschiede ich euch schon bis zum nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Hinterlasst einen Daumen nach oben. Vielleicht ein Abo. So, hier soll es jetzt mal um eine schöne Hummelweide gehen. Seht mal da oben, da sitzt sie. Tut ihr am Job. So ein fleißiges, kleines Tierchen. Können Sie helfen? Da ist sie emsig dabei. Ja, das ist eine Facelia. Eigentlich werden die ja zur Gründüngung gepflanzt. Habe ich hier auch. Und es erfüllt gleich mehrere Anforderungen. Also es ist natürlich eine Hummel- und Bienenweide, überhaupt eine Insektenweide. Dahinter steht auch noch ein bisschen Raps, der war in der Mischung mit drin. Oder die Vögel haben ihn hergebracht. Das ist manchmal nicht ganz klar. Aber die Facelia ist eben für den Boden ein Optimierer, ein Dünger sozusagen. Wenn man dann die verglühte Pflanze unter, ja einfach zum Mulchen einfach rausreißt oder sie sich selbst hinlegt. Es ist gleich ein Bedecker für den Boden. Da ist das Bienchen, äh die Hummel wieder. Ja und es ist auch nicht wirklich invasiv. Also wenn es einen stört, nimmt man es weg. Ansonsten bleibt es da und schützt den Boden vor Erosion und Verdunstung. Tolles Pflänzlein. Und einfach hübsch anzuschauen. Schaut mal wie schön die aussieht. Ich mache der jetzt leider gerade Schatten. Ich muss mich mal wegdrehen. Das ist vielleicht ein bisschen, ach ja, am Sonne steht sehr schräg. Ich gehe mal auf die andere Seite so, genau, dann wird es ein bisschen soniger. Ihr könnt das besser sehen. Schaut mal da. Ist die nicht emsig? Guckt mal den weißen Popuch. Ja und das hier so komisch kaut, ne? Das ist das Pferd hinter dem Sonnen. So viel zu verziehen. So, das war es jetzt dann. Bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen. Eure Susanne. So, mein Video ist rum. Denkt an den Daumen hoch und ein Abo da zu lassen. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Bis dann. Tschüss.